Hey, Moritz hier und heute mache ich ein kleines Video und zwar zum Thema Egoismus bzw. Selbstliebe. Denn ein gesunder Egoismus ist im Prinzip nichts anderes als eine gesunde Selbstliebe. Nur die meisten Leute verstehen das nicht ganz und darum mache ich heute eben dieses Video. Was ich nämlich sehr sehr oft sehe ist, dass Leute sich selber zurücknehmen, sich selber zurückstellen und erstmal für andere da sind. Sie helfen erstmal anderen Menschen im Job, in der Karriere, in einem Verein helfen sie aus. Sie haben die Gedanken, dass sie erstmal für ihren Ehepartner zum Beispiel da sein müssen, für ihre Mutter, ihre Eltern, ihre Brüder oder ihre Kinder, was auch immer. Sie stellen sich selber zurück und sind erstmal für andere da. Und so weit wäre das ja auch kein Problem, wenn dadurch nicht ganz ganz oft das Problem entstehen würde, dass man keine Zeit mehr und keine Energie mehr für sich selber hat. Man ist nur noch für andere Leute da und vergisst sich dabei selber bzw. man hat einfach keine Zeit mehr, um sich selber zu sorgen, zu schauen, dass es einem selber gut geht und dadurch fängt es dann an einem schlecht zu gehen. Und das sehe ich sehr oft eben, dass die Leute sich selber zurücknehmen, weil sie diese Gedanken haben, sie müssen erstmal für andere da sein und dadurch fühlen sie sich schlecht. Und darum mache ich heute dieses Video, weil ich will dir sagen, dass du die Priorität 1 in deinem Leben sein solltest. Du, der sich dieses Video hier genau anschaut, der mich jetzt hier sieht, du solltest dich zur Priorität 1 in deinem Leben machen. Denn sag mir mal, was bringt es nicht nur dir, sondern auch der Gesellschaft am Ende, wenn du dich ständig für andere aufopferst und es dir dadurch schlecht geht und du anderen Menschen dadurch natürlich auch nicht wirklich behilflich sein kannst. Denn wie kannst du anderen Leuten helfen, wenn es dir selber nicht gut geht? Also das geht gar nicht richtig. Und das verstehen viele Leute eben nicht, denn sie denken, dass sie erstmal für andere Leute da sein müssen. Und dann kommt ganz schnell dieser Gedankengang, ja wenn jetzt jeder erstmal nur für sich selber da ist, wenn jetzt jeder nur noch auf sich achtet, dann zerbricht das ganze Gesellschaftsgefüge, jeder schaut nur noch auf sich, jeder wird zum riesen Arschloch, sage ich mal, Arschlöcher wird schnell mit, oder Egoismus wird schnell mit Arschloch gleichgesetzt, obwohl es überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Und ja, dann kommt schnell diese Horrorvorstellung, beziehungsweise andere Leute wollen das dann einem eintrichtern, dass man dadurch das soziale Gefüge durcheinander bringt und dass, wenn es jeder ein Egoist wäre, dann würde die Welt nicht mehr funktionieren. Beziehungsweise die Gesellschaft würde nicht mehr funktionieren. Aber will ich dich jetzt mal fragen, was ist denn eine Gesellschaft? Aus was besteht denn eine Gesellschaft? Es gibt ja nicht nur ein Ding, das Gesellschaft heißt und blub, irgendwo hier im Schrank steht. Nee, Gesellschaft ist einfach nur, oh, der Mensch ist falsch rum, der macht gerade einen Kopfstand. Nee, Gesellschaft ist einfach nur eine Ansammlung von vielen Leuten. Und auch kleinen Kindern mit einem Lachen auf dem Gesicht, weil heute die Sonne scheint. Ja, mach dir das mal klar. Die Gesellschaft ist eine Ansammlung von Individuen, von einzelnen Leuten. Und wann glaubst du denn, geht es der Gesellschaft am besten? Wann glaubst du, haben wir die beste, florierendste, glücklichste Gesellschaft? Na, wahrscheinlich dann, wenn dieser Typ hier lacht, weil es ihm gut geht, weil dieser Frau hier ein Lächeln auf dem Gesicht steht, weil es ihr gut geht, weil, jetzt muss ich aufpassen, dem hier das Grinsen bis zu den Ohren geht, weil er gerade einen Kopfstand macht und weil ihm hier es gut geht. In einer Gesellschaft geht es dann gut, in einem sozialen Gefüge geht es dann gut, wenn es den Individuen in der Gesellschaft gut geht. Und wann geht es dem Individuen gut in der Gesellschaft? Na, wenn diese Person erstmal auf sich selber achtet. Erstmal schaut, dass es ihr selber gut geht. Und natürlich hilfst du anderen Leuten. Ganz klar, der hier hilft dem hier, aber erst dann, wenn es ihm selber gut geht. Kleine Analogie dazu, wenn du mal geflogen bist, kommen am Anfang immer diese Sicherheitseinweisungen. Und dann kommt immer dieses, wenn irgendwie das Flugzeug abstürzt, dann kommen diese Sauerstoffmasken runter und die Einweisung, was du dann tun sollst. Und der erste Schritt, was du dann tun sollst, ist, dass du dir selber die Atemmaske aufsetzt. Also du rennst nicht im ganzen Flugzeug rum und hilfst jedem anderen, die Luftmaske aufzusetzen, sondern du setzt sie dir erstmal selber auf. Weil wenn es dir nicht gut geht, wenn du keine Luft hast, dann kannst du auch niemand anderes helfen. Okay? Macht Sinn. Also, noch was, genau, das kam mir nämlich gestern gerade, der Gedankengang. Wenn jetzt jeder jedem anderen erstmal hilft, wenn du also von diesem, ich muss erstmal anderen Leuten helfen und dann mir, wenn du von diesem Prinzip ausgehst, was passiert denn dann? Dann hilft die Person der Person. Und der selber geht es erstmal mittelmäßig nur, weil sie muss ja erstmal der Person helfen und dann hat sie Zeit für sich selber. So, die Person denkt jetzt gleich und denkt sich, oh, ich muss erstmal dem hier helfen und dem hier helfen, bevor ich mir selber helfen kann. So wird er auch nicht ganz so glücklich dabei, weil, ja, er verschwendet seine ganze Energie, seine Lebensenergie darauf, andere Leute glücklich zu machen erstmal und dann sich selber glücklich zu machen. So, und jeder denkt jetzt so und im Endeffekt hilft jeder immer nur jemand anders, aber nicht sich selber. Und es führt dazu, dass eigentlich jeder weniger glücklich wird, weil er immer nur anderen hilft, anstatt erstmal auf sich selber zu achten. Also, ich hoffe, du hast das Prinzip verstanden. Schau erstmal auf dich selber, dass es dir selber gut geht, denn du kannst nicht geben, was du nicht hast. Wenn es dir selber nicht gut geht, dann kannst du keine Energie anderen Leuten geben, ja. Du musst schauen, dass es erstmal dir gut geht und dann kannst du anderen helfen. Und dann hilfst du natürlich gerne auch, weil du weißt, dass wenn du anderen hilfst, dass es dich dann auch glücklich macht. Aber erst dann, wenn du es willst, wenn du Energie dafür hast, wenn du genug Zeit für dich selber hattest und wenn es dir selber gut geht. Alles klar. Mach das heute. Fang damit heute gleich so an mit diesem Gedankengang. Denn du weißt ja, bei mir ist immer alles schön praktisch und sofort umsetzbar. Fang damit heute an. Achte erstmal auf dich selber. Schau, dass es dir selber gut geht. Und wenn es dir gut geht, dann hilf anderen Leuten. Und dann, wenn es jeder so macht, wenn jeder erstmal auf sich selber schaut, schaut, dass es ihm selber gut geht und dann anderen hilft, dann haben wir eine viel, viel glückliche Gesellschaft, als wenn jeder nur anderen Bedürfnissen nachrennt und immer nur anderen versucht, Gutes zu tun und sich selber dabei vernachlässigt. Das war die kurze Botschaft von heute. Ich wünsche dir alles Beste. Mach's gut. Geh auch raus an die frische Luft. Bisschen Luft tanken, Energie tanken, Sonne tanken ist ganz wichtig. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.